Ahoi liebe Schildmann-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Oceanhorn 2 mit Eurimeric Vikingson und natürlich mit unserer Truppe. Gestern sind wir runtergegangen in die Gruppe von Faro und haben die ersten zwei Rätsel eigentlich schon mit Brabour bestanden, aber ich denke es wird nicht so leicht bleiben bei den nächsten zwei, die uns jetzt noch übrig bleiben. Hier ist noch eins und zwar Corbins Brüder waren für ihre Abenteuerlust und ihre gefährlichen Lebensstil bekannt. Überwinde die Herausforderungen diese Ritter der Vergangenheit und erhalte ihre Belohnung. Oh wow, das werden dann wohl zwei werden oder was? Die folgende Geschichte ist eine der Brüderlichkeit passt also gut auf. Vier Brüder wandern einen Bergfahrt hinauf, nicht hinauf. Äh warte mal, vier Brüder wandern einen Bergfahrt hinunter, nicht hinauf. Sie gingen nicht geradeaus und auch nicht nach rechts, jedoch stürmten sie ins Tal im Eifer des Gefechts. Sie gingen runter, nach links. Sie gingen runter, nach links. Habe ich mir jetzt so gerade mal her, also ich würde jetzt immer nach links laufen. Ja, aber dann ist es rum. Dann ist es rum, wir müssen ja da rüber gehen. Zack. Ich würde jetzt erstmal den linken benutzen. Okay, da geht das Ding runter. Okay. Ne, wir haben es jetzt aktiviert, ne? Was ist bei dem hier? Bei dem kommt ein Felsen runter. Ist okay. Ich habe es verstanden. Also der linke ist ganz scheiße. Okay, warte mal. Ich muss kurz gucken, was bei dem anderen passiert. Ich glaube, bei dem anderen geht dann die Kugel. Ne, da kommt auch eine Kugel. Okay, dann hatten wir eigentlich schon das Rätsel zur Lösung gerafft oder so. Ich weiß es doch jetzt gerade auch nicht. Also bei beiden kommt eine Kugel. Das heißt für uns, wir haben es eigentlich schon richtig gemacht. 150 Münzen. Nicht. Boah, Alter. Okay. Du springst immer ganz schön knapp vor, ich blase hier. So. Wir gehen kurz hoch. Ne. Ich habe uns eingesperrt, glaube ich. Sie fanden einen Schatz. Aber eines war klar. Der Schatz musste geteilt werden. Und zwar dann und da. Die jüngeren zwei hatten den Schatz in ihrer Obhut. Oder waren es die älteren? Ich erinnere mich nicht so gut. Oh Gott. Wo muss denn die Kugel hin? Auf den Steinen da drüben, ne? Äh, warte mal kurz. Was muss ich machen? Wo muss denn diese blöde Kugel hin? Warte mal. Was war das? Wo ist die goldene Kugel jetzt hin? Die ist wieder dort. Sie fanden einen Schatz. Aber eins war klar. Der Schatz musste geteilt werden. Und zwar dann und da. Die jüngeren zwei hatten den Schatz in ihrer Obhut. Oder waren es die älteren? Ich erinnere mich nicht so gut. Wohin muss diese Kugel? Ich erinnere mich nicht so gut. Ich verstehe es gerade gar nicht. Hier unten geht dann was auf. Maybe. Okay. Die Folkengeschichte ist eine der Brüderlichkeit. Passt also gut auf. Vier Brüder wanderten einen Berggipfel hinauf. Äh, hinunter nicht hinauf. Sie gingen nicht geradeaus und auch nicht nach rechts. Jedoch stürmten sie ins Tal im Eiferdächsgefecht. Hier, die Kugel ist wieder weg, ne? Ja. Dann ist die Kugel hier oben. Das ist Rätselzlösung. Das hast du super gemacht. Wirklich muss ich sagen, hast du es sehr gut gemacht. Also mit der Kugel muss ich hier oben bleiben. Ach, muss ich sie vielleicht da in ein Loch holen? Dann wäre es ja die Mitte. Oh mein Gott. Warte mal. Okay, die war es nicht. Okay, die war es nicht. Ja, dann ist es ja eigentlich nur eine Geschichte. Oder waren es die Jüngeren oder die Älteren? Und wenn das beides nicht funktioniert, dann bin ich gerade ein bisschen ratlos. Okay. Also die Lösung ist auf jeden Fall hier oben. We did it. Ich habe das Rätsel ehrlich gesagt nicht verstanden gerade. Seid mir nicht dran. Ich weiß es wirklich bis jetzt noch nicht, was sie von mir wollten. Ich weiß es nicht. Das Rätsel habe ich gerade nicht verstanden. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr genau wisst, was da jetzt gerade los war. Aber ehrlich gesagt, das war mir jetzt gerade ein bisschen zu hoch. Da ist die Kugel. Die muss da liegen bleiben, glaube ich. Ne, die muss da drauf. Okay. Okay. So. Dann war es nur noch eins. Dann haben wir das Schwert. Krass. Ja, ja. Ja, das ist immer schön, dass du dich meldest, wenn alles vorbei ist, weißt du. So. Boah, ich bin so gespannt, was jetzt gleich noch passiert. Er wollte definitiv, dass wir das Schwert kriegen. Dann sollen wir uns das auch holen. So, das ist jetzt seins, ne? Sein Grab, ja. Sir Gil Goblin Wissenschaftler und Gentleman überwinde die Herausforderung des Ritters der Vergangenheit. Okay, hier geht es bestimmt um technisches. Know-how. Okay. Okay. Oh, krass. Da ist es eine Sackgasse oder vielleicht auch nicht? Ne, doch, das ist die. Entschuldigung. Das war auf jeden Fall der Weg. Und da geht es nämlich zur Treppe dann hoch. Und da drüben ist irgendwie nichts. Gut, da geht es da an der Treppe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt sehe ich das erst. Da oben ist die Kiste. Ja, wir haben die Kiste geholt. Aber vielleicht gar nicht so ungünstig. Boah, die Gruft ist geil. Rätseltechnisch richtig gut. Ein roher Diamant. So, lass mich kurz gucken, wie wir jetzt verfahren sollten. Wir müssen hier rüber. Okay. Das war jetzt gerade ein bisschen zu einfach, fand ich. Aber hier hoch müssen wir, ja? Oh, wow. Wow, hallo. Ich habe gerade einen ganz Gumpen. Wow, was ist das? Wohin müssen wir denn, Freunde? Da muss die goldene Kugel hin. Oder da ist auf jeden Fall, was man drücken muss. Das heißt, wir müssen erst nach rechts. Dankeschön. Gut luck. Oh, wow. Ich ahne, Schreckliches. Nee. Wow, 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 wow. Okay, okay. Das war richtig. Das war richtig. Das war richtig. Gut, haben wir es gemacht. Mit Zufall den richtigen Weg gefunden. Ja. Ja. Denkst du? Mayfie, mach keinen Scheiß bei dir jetzt, ne? Ich würde sagen, links rum. Links, 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 links. Oh. Mach langsam. Okay. Wir müssen halt mal den Weg da rüber finden. Das ist der hier. Sehr gut. Und rüber. Okay, rechts. Ja. Und dann sind wir... Boah, das war gut. Wir haben mal Glück gehabt jetzt. Wir haben mal gut aufgepasst. So. Nein, hier muss die Kugel hin. Okay, wir müssen links rüber. Okay, dann wissen wir aber schon mal, wie wir die Kugel transportieren müssen. Links, rechts. So. Den Käfer lasse ich Käfer sein. Ja, da warten wir auf jeden Fall. Da gibt es nämlich einen Weg, der gleich ganz rüber geht. Oder wir können jetzt hier auch ein bisschen schauspielern. Ja, das können wir auch machen. Das geht schneller. Okay, geiles Rätsel. Ist nicht schwer. Das andere fand ich gerade eben ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, die Lösung am Ende. Ich habe es nicht verstanden. Warum es dann der linke war. Kriegt man das hin? Ja, geil. So. Wir müssen den Weg natürlich wieder zurück. Ist schon cool, ey. Das Game ist schon richtig, richtig fein. So habe ich es mir vorgestellt. Wie ich sage, habe ich in den ersten Teil gespielt. Überragend. Oh, komm, das schaffen wir. Wenn du jetzt rennst, sind wir durch. Du bist der Beste. So, und denk dran jetzt, ne? Links, rechts. Und dann sind wir durch. Und du bleibst weg, Viech. Ja, super. Ja, dann gehen wir jetzt den Weg. Ist alles gut. Wir haben Zeit. Wir müssen uns nicht hetzen. Da ist der Ausgang. Jetzt sehen wir uns halt jetzt über rechts gegangen. Jetzt bloß nicht sterben hier. Mit der Kugel auf dem Arm. So. Und hier war es dann links, ne? Und dann rechts. So, hoffentlich kommt jetzt der Weg. Bitte, 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 komm. Okay, und rechts. Jawohl, rechts laufen. Gleich sind wir draußen. Nein! Echt jetzt. Jetzt tut mir leid. Aber es war ja klar, ne? Dass das genau passiert. Wie viel Pech willst du haben? Lagt die da jetzt noch? Das gibt's ja wohl gar nicht. Hätte ich die noch aufheben können? Super. Ach, nee. Jetzt schafft man's. Jetzt kriegt man's hin. Das schafft man jetzt einfach rüber. Ja, komm. Sehr gut. Jetzt sind wir die zwei hier weggeschoben. Die stehen nämlich die ganze Zeit schon im Weg. Und machen nix. So. Da kommen wir rein und müssen nach rechts laufen. Mayfair, ich weiß nicht, warum du eigentlich bis vorne stehst. Weißt du auch selber gar nicht, ne? Das ist der erste Ausgang. Und laufen. Sehr gut. Wir müssen nach rechts. Denkt bitte dran. Oh, warte mal. Mit dem rechts, das wird gerade gar nix, ne? Okay, das sieht aber trotzdem gut aus. Jetzt muss halt nur die Verbindung kommen. So, jetzt nicht wieder irgendwo gegenlaufen. Oh, Leute. Okay. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, hier bist du gerade gestorben. Mach das bitte nicht nochmal. Was vom Ausgang? Jawohl. Okay, wir sind noch nicht durch, aber die Kugel liegt auf jeden Fall gleich. Yes. We did it. Wir haben's schwer. So, jetzt geht's einfach nur noch nach unten. Ich würde jetzt hier abkürzen und würde jetzt dann hier abkürzen. Jawohl. Hast du gut gemacht. Boah, wir haben's schwer. Bin ich froh. Da darfst du halt nicht hetzen, ne? Hast du gesehen, beim ersten Mal? Ja, wird schon gut gehen, wird schon gut gehen. Im Endeffekt ist es nicht gut gegangen. Warte mal. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ist das Schwert hier drin? Ja, ne? Ja. Wir haben das Schwert von unserem Freund. Er wollte, dass wir es kriegen. Wir haben's bekommen. Zieh raus, das Ding. Nun zieh. Ja. Prinz Eisenherz. Wow. Das gepusht. Da geht's richtig auf den Level, glaube ich. Du hast die Astro-Klinge bekommen. Die sagenhafte Klinge des Himmels. Die Legende besagt, dass dieses Schwert aus einem gefallenen Meteoriten geschmiedet wurde und unglaubliche Kräfte bringt. Bist du würdig, sein Geheimnis zu löften? Na klar. Na klar sind wir das. Stufe 10! Durch deinen heldenhaften Bemühungen hast du dir die legendären Titel Ritter erster Klasse verdient. Du bekommst eine Bonus von 500 Münzen und kannst dir 10 Zaubersprüche tragen. Außerdem wurde dein Leben aufgefüllt. Vielen Dank. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, geh mal raus hier aus der Gruft und dann flieg mal rüber. Ne, wir fliegen morgen. Boah, kann man das schon leveln hier? Ach, das ist gleich gelevelt, ne? Das ist ersetzt worden mit unserem Schwert. Alter. Aber ich glaube, da müsste man einen braunen reinmachen. Gib mir mal den. Wenn mich das nicht wundert. Ja, guck mal. Der Schaden ist super. Die Macht brauche ich dann nicht. Die mache ich hier rein. Okay, die Bombe kann ich nicht. Kann ich in den Greifer noch einen reinsetzen? Nö, auch nicht. Aber hier kann ich einen reinsetzen. Den blauen. Genau. Macht. Sehr cool. Ja, dann ab, ne? Irgendwas erwartet uns doch. Oh, jetzt wäre ich fast, äh. Jetzt hätte ich mich fast gewundert, warum ich gestorben wäre. So, nichts hältst uns auf. Nicht mal die Gruft. Aber er wollte ja, dass wir die kriegen. Sonst hätte er es uns ja nicht so einfach gemacht, ne? Was heißt einfach? Er hat uns ja noch gesagt, beim Ende, geht in die Gruft. Das war das letzte Mal, dass er uns, glaube ich, helfen konnte. Aber vielleicht sehen wir ihn ja wieder. Das wäre ganz cool. Unseren Jen. So. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Wenn wir dann in den Norden fliegen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.